Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Lumina 4 Tutorial möchte ich dir mal das Zuschneiden-Werkzeug etwas genauer vorstellen. Viel Spaß mit diesem Video. Die erste Frage, die sich uns stellt, wo finde ich das Zuschneiden-Werkzeug? Das Zuschneiden-Werkzeug im Bearbeitungsmodus finden wir hier oben. Dieses kleine Icon, wo ich jetzt hier mit meinem Mauscursor drumherum fahre. Da kommen wir auf das Zuschneiden-Werkzeug. Das ist dieses Symbol hier mit diesen gekreuzten Linien. Dasselbe Symbol an derselben Stelle finden wir aber auch im Bibliotheksmodus in der Einzelbildansicht. Das heißt, ich kann auch aus dem Bibliotheksmodus heraus mein Bild zuschneiden. Wechsle ich allerdings in die Gesamtansicht, dann verschwindet das Symbol hier oben, versteht sich von selbst, dass ich dann natürlich hier ein Bild anklicken muss und in den Einzelbildmodus wechseln muss. Sobald dann das Bild aufgebaut ist, siehst du, kommt auch dieses Icon wieder. Wir springen zurück in den Bearbeitungsmodus und werden uns jetzt mal das Icon oder das, was sich unter dem Icon versteckt, etwas genauer anschauen. Durch Anklicken dieses Icons komme ich jetzt zum Zuschneiden-Tool selber. Und ihr seht, die Oberfläche verändert sich. Wir bekommen hier so ein Raster und hier oben macht sich eine neue Leiste auf. Da haben wir auf der linken Seite einmal stehen, was wir denn hier überhaupt machen wollen. Das Bild zuschneiden. Das können wir auch nicht anklicken, sondern das ist einfach nur dafür da, damit wir wissen, was wir denn hier eigentlich machen wollen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das Seitenverhältnis zu bearbeiten. Das werden wir uns gleich anschauen. Wir haben hier einmal so ein Schloss, das wir öffnen können. Hier können wir den Winkel des Bildes bestimmen. Also wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, dann kann ich das Bild hier so ein bisschen hin und her drehen. Und ich kann es nicht direkt anklicken. Das heißt, ich muss hier dann so ein bisschen mein Fingerspitzengefühl walten lassen. So, und kann das Ganze dann halt auch hier wieder zurückziehen auf meine Originalgröße. Ich hätte aber auch hier auf das Icon zurücksetzen klicken können und hätte dann auch wieder diese Ansicht gehabt. Dann haben wir hier derzeit aktiviert. Das seht ihr, weil das gelb oder orange hinterlegt ist. Wir sind jetzt hier in der Drittelregel. Wir können das Ganze aber auch umstellen hier auf den goldenen Schnitt. Dann siehst du, bei Umständen auf den goldenen Schnitt verändern sich die Rechtecke. Während wir hier bei der Drittelregel neun gleich große Rechtecke haben, habe ich hier im goldenen Schnitt an den Eckpunkten meines Bildes, also hier, hier, hier und hier gleich große Rechtecke. Dann habe ich hier in der Mitte des Bildes auf der rechten Seite und auf der linken Seite gleich große Rechtecke. Und dasselbe habe ich hier nochmal bei den oberen, mittleren und dem unteren, mittleren Rechteck. Auch das ist gleich groß. Und das in der Mitte, das ist relativ klein. Hierzu muss man sagen, dass ich im Normalfall hier mit dem ganz normalen, ja, oder mit der ganz normalen Drittelregel arbeite. Das hier ist nochmal etwas feiner. Das soll, ja, für uns Menschen harmonischer wirken. Aber ich sage mal, das ist etwas, was die meisten von euch kennen, auch aus der Kamera her. Wenn ihr diese Gitterlinie eingestellt habt, auch da haben die meisten Kameras hier diese Drittelregel drin. Und das sollte uns auch hier jetzt erstmal reichen. Neben dem goldenen Schnitt befindet sich dann noch das Icon zurücksetzen. Wenn ich da drauf klicke, dann wird mein Zuschneiden-Tool wieder auf den Ursprung zurückgesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo was gemacht habe und das gefällt mir nicht und ich komme da selber irgendwie nicht mehr hin oder ich bin einfach, sage ich jetzt mal, zu faul, das wieder zurückzuziehen, dann klicke ich einmal hier drauf und dann bin ich auch wieder im Originalverhältnis. Ganz rechts habe ich dann noch, wenn ich mit allem fertig bin, dass ich das Ganze bestätigen kann. Wenn ich hier einmal auf Fertig klicke und dann wird es dann auch auf mein Bild übernommen. Ja, bei den Seitenverhältnissen habe ich hier nochmal die Möglichkeit, einmal drauf zu klicken. Dann macht sich ein Dropdown-Menü auf und ich habe hier nochmal die Möglichkeit, verschiedene Seitenverhältnisse hier mir direkt per Klick anzeigen zu lassen. Da sind so ganz bekannte Sachen dabei wie 16 zu 9, 5 zu 4, 5 zu 4, das müsste glaube ich Instagram-Seitenverhältnis sein. 4 zu 3 kennen wir aus dem Handy, sage ich jetzt mal, beziehungsweise auch die Kameras, da können wir umstellen auf 4 zu 3. 3, 2, das ist eigentlich so, was ich jetzt so bei meinen Sony-Kameras weiß, da stand das Seitenverhältnis, Quadrat 1, 1 und dann haben wir hier das Ganze auch nochmal im Hochkantformat. Also wenn ich da drauf klicke, dann siehst du, dann dreht sich das Seitenverhältnis so ein bisschen um 90 Grad. Dann habe ich hier oben die 2 und hier 3 und hier unten besteht dann auch noch die Möglichkeit, auf Facebook-Cover umzustellen. Also für diejenigen, die gerne sich für Facebook ein neues Cover erstellen wollen, die können das auch sehr gut hier über dieses Tool machen. Hier oben habe ich jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Ganze freigestalten. Das heißt, jetzt bin ich an kein Seitenverhältnis mehr gebunden. Das heißt, ich kann jetzt hier die lange Seite schneiden, wie ich Lust und Laune habe und ich kann auch hier die Hochkantseite schneiden, wie ich Lust und Laune habe. Kann man das Ganze hier dann irgendwie positionieren. Was sich jetzt auch verändert hat, hier war eben noch das Schloss gelb, beziehungsweise orange hinterlegt und hier das Schloss war zu. Jetzt ist es offen, das liegt einfach daran, dass ich hier umgestellt habe auf frei. Das siehst du immer, wenn das Schloss jetzt hier grau hinterlegt ist und das Schloss geöffnet ist, dann kannst du dein Seitenverhältnis frei bestimmen. Das ist aber auch wirklich nur hier, wenn der Haken bei frei eingestellt ist. Sobald ich hier wieder auf Original wechsle, siehst du, ist das Schloss geschlossen und es ist gelb hinterlegt. Ja, Originalgröße, es ist ein Sony-Bild. Ich sagte eben schon, ist 3 zu 2. Das heißt, wenn ich hier auf Original oder 3 zu 2, dann wird sich nichts am Bild tun. Wenn ich jetzt hier Transposition klicke, dann siehst du, dann verändert sich das Ganze hier einmal ins Verhältnis 2 zu 3. Und das, ja wie gesagt, das bekannteste Format dürfte eigentlich 3 zu 2 sein. Und jetzt werde ich dir nochmal zeigen, wie das ist, dass man hier wirklich ein harmonisches Bild gestaltet. Und diese Schnittpunkte hier sind genau das, was wir dafür brauchen. Diese Schnittpunkte sollten wir versuchen, schon im Foto selber irgendwie auf die interessanten Motive im Bild zu legen. Das passt hier eigentlich ganz gut mit dem Schnittpunkt. Das liegt hier auf diesem unscharfen Schloss. Hier unten sind wir hier auf dem Gebäude im Hintergrund. Allerdings, dieser Schnittpunkt, der liegt ein bisschen, ja, zu weit rechts. Den hätte ich gerne hier auf dem Schloss. Und genauso wie diesen Schnittpunkt, den hätte ich gerne hier oben an diesem Turm. Das heißt, im Verhältnis 3 zu 2 kann ich jetzt einmal hergehen und schiebe mir das Ganze einmal so hier hin. Jetzt muss ich das Ganze nur noch so ein bisschen runterschieben und dann mache ich mir das Ganze hier so passend. Und jetzt siehst du schon, haben wir hier auf dem Schloss einen Schnittpunkt. Das Gebäude hier passt soweit auch ganz in Ordnung. Es wäre mir zwar lieber, wenn wir das noch einen Ticken tiefer hätten, aber dann würde ich zu viel vom Bildmaterial verlieren. Deshalb können wir einfach mal diesen Schnittpunkt hier da so stehen lassen. Hier sind wir auf dem vorderen Gebäude von dem Schloss und hier oben liegen wir auf der Turmspitze. Jetzt werde ich das Ganze einmal bestätigen. Und dann siehst du, hat er das Bild angepasst. Und jetzt wirkt das Ganze, ja, beziehungsweise es soll auf den Menschen harmonischer wirken, wenn wir auf diesen Schnittpunkten auch interessante Bereiche im Bild liegen haben. Wir können das Ganze jetzt hier nochmal bestätigen, beziehungsweise aktivieren, besser gesagt, dass wir sehen, was wir hier gemacht haben. Und wenn wir uns das jetzt hier nochmal angucken, da, da und da haben wir interessante Punkte auf den Schnittkanten liegen. Hier, das passt nicht so ganz. Das wäre schöner, wenn das hier auf diesen Brücken liegen würde. Aber sei es mal drum, ist okay. Wir könnten das Ganze vielleicht, um das Herz hier noch mit rein zu bekommen, noch so ein Stückchen nach da ziehen. Und ja, dann liegt das zwar nicht mehr so ganz auf dieser Spitze hier, aber es ist immer noch so ein bisschen mit dem Haus hier auf einer Linie. Die Schnittkante liegt weiterhin hier auf dem Schloss hier. Dann können wir das Ganze nochmal bestätigen, gucken es uns einfach nochmal an. Und ich muss sagen, das gefällt mir so deutlich besser. Ich habe das Herz hier noch mit drin. Das Schloss liegt gut. Nicht direkt in der Mitte, sondern so ein bisschen leicht in dem Fall nach rechts zentriert. Schöner wäre es natürlich, wenn dieses Gebäude jetzt nicht nach da rauslaufen würde, sondern nach da. Und ja, ich wäre an dieser Stelle mit der Präsentation des Zuschneiden-Werkzeugs fertig. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest den ein oder anderen nützlichen Tipp für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Ist das jetzt das erste Video, was du dir von mir anschaust, dann vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video rausbringe, bekommst du eine Information darüber. Bist du jetzt auf den Geschmack gekommen und möchtest ebenfalls mit Lumina 4 arbeiten, dann schau doch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Du musst nicht mehr für das Programm bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision von Skylim dafür, wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst. Auf diese Art und Weise kannst du mich und meine Arbeit hier ein klein wenig unterstützen. Zusätzlich gibt es noch den Rabattcode Björn. Mit diesem Rabattcode kannst du noch mal 10 Euro auf Lumina 4 sparen. Auch das ist in der Videobeschreibung noch mal hinterlegt. Ich sage Dankeschön. Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, du schaust auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsch dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und ich freue mich, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ciao! Ciao!